Willkommen zurück zu Stradio Valley, ich bin der Fiorobo und ja, wir sind letztes Mal leider hier zusammengeklappt Aber ist ja nicht schlimm So, haben wir noch was tolles, wichtiges hier? Ne, eigentlich nicht, so gut, es regnet immer noch Ist ja cool eigentlich Knotteln wir eben Unser Kind ist auch das unser Kind, egal So, er hat uns wahrscheinlich Geld gekostet, so, ja, ja, hat's tausend Dollar gebracht Noch ein Brief Äh, ich dachte mir immer, Stradio Fairies, wir gehen in Happy King Tumor, ach ja, morgens ist das Fest, stimmt, ja Dann müssen wir unbedingt dann teilnehmen, ne Ähm So, wir haben da Kartoffelchen, brauche ich Eins, zwei, drei Kartoffel Power So Äh, dann schmeißen wir, ja, die können wir da hier rein schmeißen Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht, so Ach gut, da ist nur ne Batterie fertig Äh, wir haben jetzt mal Wohl, ne Hier in den Trash kann ich, genau, in den Trash kann ich noch verwerten Hier müssen wir hier rein schmeißen Das hat sich ja immer durch das Angeln auch mal angesammelt, aber ich glaube, dass man hat ja vier Dinger von produziert gehabt So, Slime Seeds So, Slime So, Slime, Fisch, äh, dann tue ich das auch immer hier rein schmeißen So Oh, ach, das kann ich auch mitnehmen So Ich hab da genug Platz Äh, hier die Hosen wollte ich da rein schmeißen Die kann ich eigentlich auch verarbeiten, ne Aber es hört immer wieder, welche Leute was haben, ne Stimmt So, dann tue ich das auch immer hier hin So, Batterien sammeln Hallo Ja, wenn ich die Batterien schneiden wollte Hm, Arschloch So, hallo Okay, hier ist alles gut Dann gehen wir jetzt mal zu unseren Hühnern wieder Hallo, hallo So Oh, die haben hier nämlich eine Wolle für mich Nice So, Quack, Quack, Quack Okay So, leider hab ich jetzt hier natürlich alles umaufgeräumt So, jetzt Ne, das soll bitte nicht essen, danke Nein, bitte lassen So, so Sonst kann ein Ei mehr Doch, da ist noch ein Ei, hm Ich dachte jetzt schon, ne Hier fehlt doch ein bisschen was So, hier müssen wir Immer wieder ein bisschen hier rumgehen Und gucken, dass man da irgendwie was Hat, ne Man hat mich, find nicht immer alles So, zack Hallo, hallo Hallo, hallo Ding Hallo, Ding Hallo Äh, meine Deutsche ist heute wieder super, ja Ja, 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 ich weiß So Willst du vielleicht trotzdem heute nochmal geben? Schein mal nicht schade So So Und du einmal So So Zack So, okay, dann haben wir jetzt noch die Wolle hier Das wird hier noch verkauft Das wird verkauft, das wird verkauft, das wird verkauft, das wird verkauft, so 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 Okay, jetzt sind Beta auf jeden Fall schon voll, nice So So Wir werden jetzt hier gucken, so Beta haben wir auch noch nicht, ne ne Zehn Fffnung, komm die hier rein Die kommt hier rein, so die kommt hier rein Okay, die anderen, gut, verarbeiten wir die auch noch, hier Kürbis hat mich hier nicht, ne, ne Kürbisse kommen hier rein So, sonst werden die hier verarbeitet die werden verkauft das verkauft, jawohl oh ne gut, hier kann ich noch das reinschmeißen eben schnell so, zack dann hier rein so hier, jetzt das wird verkauft so, gut ich wollte schon angeln gehen, ne? da sollte eigentlich alles noch passen so, wir gehen nochmal eben verarbeiten hier alles ich wundere jetzt aber, dass hier Dings, da musst du nicht, nicht hier das habe ich jetzt gemacht habe ich gerade den Köder aus der Angel genommen cool, das kann ich, dass das geht so, ne Petrina mit hallo, hallo, produziert doch mal hier schneller wow, vier Stück, fünf nur raus das müssen wenig finde ich, für meinen Geschmack so, dann kommen wir eben schnell fertig so, vielleicht wird der nochmal vom Blitz getroffen ha, ich hoffe, der wird's vom Blitz getroffen so, immer noch zwei, so 56 haben wir jetzt ist eigentlich ein gutes Ding ist da noch, bestimmt ist, muss der da runter äh so, eben schnell hier so, zack, reinwerfen dann gehen wir runter in den River äh, jetzt halten wir das andere Lied von Gottschold ein äh, To the River heißt es, glaube ich jetzt habe ich das Lied, jetzt habe ich das Lied in Kafadai dann schafft ihr die mal mit Forest, äh, River Forest der Stadt, das hier, dem Bereich so, wir laufen jetzt mal runter weil hier unten haben wir ja noch unsere genau hier können wir euch ausgelegt lassen obwohl nehmen wir alle mit oder kriegen wir ein Lobster, ich glaube nicht noch das sieht nicht so aus das war gar kein Lobster hier, was ich gedacht habe, was Lobster ist leider so, wir schauen, ob das was wird ah, da hab ich verkackt ich war schon wieder auf Handy am gucken Mist jetzt aber ich habe Glück und wir kriegen direkt was was wir brauchen können oh, hier wehrt sich aber aber wir kriegen trotzdem und, was haben wir? ein Catfish ach, ich weiß gar nicht, was Catfish hier auch gibt und wir kriegen Wolle? hey wir haben Wolle hergebekommen was? joll mal ganz und Salomon, okay noch mal einen kleinen Hieb hier was können wir jetzt hier gefangen was können wir jetzt hier gefangen nehmen wir so ein Salomon ist das eigentlich nicht perfekt? ja, es hat immer alle zu fuggi, ey was soll das? das klingt so, als würde irgendwas in Wasser gefallen vielleicht haben wir uns auch einfach nur in die Hose gekackt und was bist du? du bist ein Catfish so, jetzt schauen wir doch mal eben so, den Wolle den heben wir uns auf jeden Fall auf so, Catfish kann verkauft werden das Salomon auch so, wir brauchen hier Catfish so, die beiden brauche ich auf jeden Fall noch so, Wolle den haben wir hier nice und Nightfisher und Oceanfisher und dann fertig also noch zwei Fische müssen fahren die gibt's hier hoffentlich ich geh mal weiter runter ich geh mal gucken ob's hier oh nein ich glaube in meinem, äh, Haus ist was kaputt gegangen noch nur ich hab nur fünf Stück, okay eins auf mal hier vielleicht können wir hier mehr Glück und du und ich draus ne, immer noch dasselbe immer noch dasselbe okay 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 ne, wahrscheinlich kein Glück zu haben ein Chub okay ein Chub klingt auch gut aber den brauchen wir auch nicht leider und ein Chub klingt auch gut und ein Catfish okay, gehen nochmal weiter und dann fang mal ja, fang mal hier alles weg so hier so ein Strichzähne durch ich weiß was ich brauche und was ich nicht brauche hier wär so wahrscheinlich perfekt da, vielleicht warst du gar ein guter Wolf hier wir werden sehen wir werden sehen da komm da ist schon wieder so einer hier ist wohl auch nix das ist ja auch nix mhm wir können mal versuchen hier rein zu gehen stimmt das wäre auch ne Idee ich habe nie aus ne bessere Möglichkeit Zeit aber sind eigentlich so eine Zeitschot englisch noch mal ne Wolle noch mal ne Wolle ich hätte gar nix machen brauchen einfach ein Chub ja, nice so, jetzt wird nur noch der Tiger hier geht es aber nur bis 19 Uhr dann bleibe ich einfach auch hier ah, dann bleibe ich schon zu weit ne, das ist perfekt glaube ich das bleibe ich perfekt hier auf dieser Stelle ich kann jetzt noch den Tiger dann wäre ich happy dann hätten wir das Fischding fertig vor dem anderen was ich eigentlich gedacht hätte muss ich ja ganz ehrlich gestehen ne und was kriegen wir hier n Wolle kein Tiger schade das wäre jetzt so gerne wenn wir jetzt noch einen Tiger kriegen würden schade das wäre jetzt soo nochmal ein Chip ok na das habe ich zuhoch es ist einfach nur die richtigen Stellen für na und und Salmon ich nehme�� Salmon Schuss und Schwung Komm jetzt ein Tiger her Ist ja top Ist ja richtig top Noch mal ein Roller Na, kommt jetzt keiner mehr oder was? Da kommt da noch einer, okay Das Spiel sagt mir, das war der letzte, okay Da kam ein Tiger Ist ja super Und? Ein Catfish, wow Aber wir sind doch schon Relativ voll jetzt Warum? Hm Na gut, dann werde ich versorgen Einfach nochmal hier zu angeln Vielleicht kriegen wir ja was Aber vielleicht schmeiß ich einfach den Müll weg oder so Okay Nein, den haben wir glaube ich auch schon gehabt Was haben wir? Dein Briem, oh Okay Das habe ich jetzt nicht geschnitzt So, was werfen wir denn weg? Hm Werfen wir dir noch Holz weg So Deinen Briem habe ich jetzt auch nicht geschnitzt Das ist ein Nachtfisch Eigentlich, glaube ich Oder? Oh, was kriegen wir? Tiger, jawoll Äh, da wird CD weg Zack Hm Nice Wir haben alle Fische, die wir brauchen Ab zum Community Center Ich will auch eben gucken Ich guck mal während des Mal eben auf meinem Handy Äh, wo kriegt mein Lobster, ja Da sind auch die Legendären aufgezeichnet Cool Lobster 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 Es freut mich gerade mega, dass wir es jetzt endlich hinter uns haben Es gibt auch ein Lava Eel Okay Ah, es gibt auch verschiedene Fische, die findet man nur in den Minen Uh Ist natürlich auch cool Warte, wenn ich schon hier hinten bin, kann ich schon mal eben schnell, ne Hier Dings kommt so zu dem Vielleicht hat der noch mal eine Lied im Sprengler für mich Ah, ich habe hier ne, voll scheiße Na egal Bevor ich das hier vergesse, bevor der mir einfach nix verkauft oder so, ne Naja, wenn wir uns einmal hier verkaufen können wir dem auch nix Dann können wir den Leuten nie was verkaufen hier, ey, ist nicht doof So, morgen ist ja der Dingsbumster das Fest, da war ich ja eh kein Ausdauer und so weiter So, meine Tiere habe ich mich gekümmert gehabt, naja Gut, dann gehen wir mal in Mier rein, schauen ob hier noch was ist Ja, die Tamir, schauen wir nochmal Stuffing, ok, alles gut Das sind auch guten Werte noch, aber wir haben leider keine Möglichkeit zu nehmen Ich muss später nochmal wieder kommen, das sind sie gleich Weil ich wieder Platz geschaffen habe Ah, wir können den Fischtank fertig machen, ist das cool Hätte ich echt nicht erwartet, dass ich das noch hinkriege Vor allem nicht, dass ich das vor dem hier fertig habe Wahrscheinlich kriege ich den so, hier Äh, den Sharp Dann den Catfish, Catfish Habe ich den Catfish geteilt, aber das war Ich bin ein Depp Und den Tiger, 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 da Bunnel Complete Hätte ich den Tiger nicht geteilt Ah, cool Danke So, dann den Ocean, hier den Snapper Bunnel Complete Was können wir dafür Ah, Beach Totem, nice Und dann noch hier, äh, den Valet Zack Bunnel Complete Dafür kriegen wir ein Small Glowing Wow Und wir haben noch das nächste Gebäude fertig Wuhu Du denkst, ich finde in der Liste den Lobster Ah, aber nur der kleine Teil hier ist fertig geworden, okay Was ist denn hier ein Lobster, Mann, in der Liste? Ah, egal, ich muss mal genau gucken Ah, guck mal, der bringt einen Stern hier hin Das kommt uns da an Was ist denn jetzt noch, dass er unterfliegt? Bing Noch einen Stern brauchen wir Und das hängt einfach nur hier von drei Äpfeln ab Und von zum Pomponé, ey Oh, Mann Ah, hi, hi Ist das jetzt mein Freund? Ah, ja, er mag mich Ciao So, wir haben einen Zeitplatz Okay, könnte ich... Oh, ach, scheiß drauf Wollen wir uns jetzt nicht mehr Ich geh jetzt nach Hause und sortier mal mein ganzen Kram hier Boah, wir haben das Fischen endlich durch Ich brauche nur noch den Lobster für deine Aufgabe hier, ne? Ach genau, die Beete wollte ich auch noch in, äh... Egal, machen wir morgen Machen wir alles morgen Boah, aber endlich haben wir das Fischen fertig Wuhuuu So, dann kann ich doch jetzt eigentlich alle Fische, die ich jetzt hier habe, nur verkaufen By the way Aber wir sortieren erstmal Ja So, hier hatte ich die... Köder drin Tue ich die Köder auch mal hier rein So, hier kommt die Angel wieder rein Bestimmt, ich wollte noch eben gucken, ob hier irgendwas kaputt gegangen ist Weil das ja... Nach meinem Boden aussah Ist alles gut, okay Ist alles gut, okay So, so Ist noch eine irgendwie... Das ist noch eine solche Produktion, okay So Jetzt schmeiß einfach hier noch eben den Müll rein Natürlich habe ich jetzt ein bisschen Müll verschwindet gehabt Aber das ist Müll verschwindet, ne? Egal, passt schon so So, die Glasses können da noch rein So, den Small Ring Blau Ring hier Ja Dann sollst du den Fisch nicht essen, den sollst du gleich verkaufen So, zack Ich bin gerade total durch den Wind irgendwie, ey Boah So, warte, wir gucken jetzt erstmal hier so Was haben wir hier? Blau Ring, einen großen Blau Ring Gut, den kleinen Small Ring Den kleinen Small Ring Den kleinen Small Ring, genau Den kleinen Low Ring tun wir auch mal da rein Schmeißen So Ich habe auch noch Waffen aus heute, die ich verkaufe Aber ich muss halt sowieso nochmal da hin So, hier kam der Honig rein, ne? Genau So, Fische und so weiter kommen ja hier rein Ich nehme die Schnitte noch hier rein Das da rein Das da rein Nein, den kann ich eigentlich auch erstmal da reinschmeißen So, die Fische, na gut, die Fische kann ich angeln Das ist ja kein Ding So, die Biode Kohle Stein Ja, das tun wir hier reinschmeißen, so Den Sturm zum Haus platzieren Und dann gucken wir uns erstmal jetzt hier oben und Da, guck Habe ich doch gesagt Ist irgendwas kaputt gegangen Ist wahrscheinlich so irgendwann kaputt gegangen Ist kaputt gegangen So, wie ich das Spiel kenne Was ist der einzigste Schaden Da fehlt noch was Keine Steinplatte fehlt noch Und auch im Sturm, ist aber ja Holz, okay So, okay, eine Steinplatte fehlt noch So, kein Mancher habe ihn nicht beerntet Aber ich bin so ein Depp Ich bin so ein Depp Oh mein Gott So, ähm Gehen wir eben hier ran So, hier kommt die Kohle nur rein Naja So, wir kaufen jetzt einfach den ganzen Fisch Batsch, batsch Batsch, 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 batsch So, gut Das gelaufen wir mal noch verkaufen Der da noch hin, so Gehode essen kommt noch weg Das muss auch noch alles weg hier So, ähm Fackeln Holz Sternenboden Ich hoffe, das schaffe ich noch Ah, fuck Okay, sind wir jetzt sogar zwei Tage verloren gegangen So gesehen Ist doch der richtige Boden Ist doch der richtige Boden Ja, war's gut Äh, die Bäume wachsen haben wir nicht gehofft Ich muss das echt erpreisen Das Holz Ist ja auch fast fertig was, na egal Juckt mich nicht, ich muss schlafen gehen Zu viel erlebt heute Ich hasse mich Ich hasse mich So Den Stuhl So Stuhl am Marder So, gut Jetzt haben wir's geschafft Gut Gut Wir schauen uns mal an, was passiert jetzt Ich weiß gar nicht, was wir durch die Fischchen kriegen Muss ich gestehen Oh, sie zopbern da im Loch rein Aber wie Interessant, wusste ich gar nicht So So Wir haben 15.000 gemacht Oh, nochmal Gut durch die Fische 20.000 haben wir gemacht Krass Jetzt waren das Teuerste hier Catfish Okay, machen wir 10 Stück 250 Stück nochmal Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Ist schon wieder so eine lange Folge gewesen Haut rein Ciao, ciao